Hallo liebe Freunde in YouTube, heute mal was ganz anderes und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Richard Wagner. Und auch nicht meine Stimmlage, aber ist ja egal. Okay, gut, dann wollen wir mal loslegen. Du mein olden Abendstern, wohl grüßt ich immer dich, sogar nur. Vom Rätseln, das sie nie verriet, grüßt sie, wenn sie vor neu dir zieht. Wenn sie entschwebt im Tal der Irden, ein selgerer Junge dort zu werden. Wenn sie entschwebt im Tal der Irden, ein selgerer Engel, der Irden, ein selgerer Junge dort zu werden. Wenn sie entschwebt im Tal der Irden, ein selgerer Junge dort zu werden. Im Talen Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Am Ende war es mir dann doch zu tief. Also, eh ganz egal. Ich wünsche Ihnen, ja.